Die Adventhoffnung und das ewige Leben Und das ist nicht immer so einfach, um das zu sagen Und ich erinnere mich dann immer an meine ersten Erlebnisse in diesem Glauben Ich hatte gerade die Wahrheit entdeckt Und ich hatte entdeckt, dass es einen Schöpfer Gott gibt Und ich habe gewusst, ich kann nicht weiter an der Universität lehren Was ich gelehrt habe vorher als Evolutionist Und ich hatte keinen anderen Ausweg und so habe ich gekündigt Und ich kann mich noch so gut entsinnen Der Rektor hat mich dann reingerufen Und gefragt, wieso ich so etwas Unbesonnenes überhaupt tue Und dann haben wir uns unterhalten über diese Dinge Und dann fragte er mich Wer hat die Wahrheit? Naja, meine Lippen und meine Zunge wollten das nicht so antworten, wie er es haben wollte Und so sagte ich Ich glaube, die Wahrheit kann man in der Bibel finden Und dann sagte er Ja, das habe ich nicht gemeint Ich habe dich gefragt, wer hat die Wahrheit? Wuff, das war schwer Und dann habe ich gesagt Ich denke, die Christen Und dann hat er gesagt Das habe ich dich nicht gefragt Wer hat die Wahrheit? Und dann kam es mir wie Blei von der Zunge Die siebenten Tags Adventisten Das war schwer Denn die siebenten Tags Adventisten Das sind ein komisches Volk Sie sind so anders wie all die anderen Sie glauben nicht, was die anderen glauben Sie tun alles umgekehrt Sie wollen nicht essen, was man ihnen auf den Tisch stellt Das ist ein kompliziertes Volk Und dann das Erlebnis meiner Frau Als wir den Mann, der nicht war Diejenigen, die meine Lebensgeschichte gehört haben Werden wissen, von was ich rede Als er sie fragte Nachdem er gesagt hat Dein Mann hat eine starke Waffe im Auto Und er verwies nach der Bibel Und sie war so missmutig Und dann hat er sich mit ihr unterhalten Und sie gefragt Ja, wo gehst du denn Zum Gottesdienst? Und sie sagte In Somerset West Und dann sagte er Das habe ich dich nicht gefragt Wo gehst du in den Gottesdienst? Und dann hat sie überlegt Und dann hat sie gesagt Helderberg Das hört sich so anonym an Und dann hat er gesagt Das habe ich dich nicht gefragt Wo gehst du in den Gottesdienst? Und dann sagte er Siebenten Tags Adventistin Und er drehte sich um Und schaute sie so an Und sagte Und die haben doch Die Wahrheit Und nachher, als wir ihn suchten War er nicht da Und hat auch nie vorher existiert Angeblich Und hat auch nie da gearbeitet Also wer das war Werden wir eines Tages entdecken Es ist ein schwieriger Glaube Dieser Glaube Der siebenten Tags Adventisten Wir sind Christen Aber wir sind nicht normale Christen Wir sind siebenten Tags Adventisten Sogar die Adventisten Wollen das immer so ein bisschen vertuscheln Zu wem gehören sie denn? Ich bin Ich gehöre zur Adventgemeinde Und wo geht ihr in den Gottesdienst? Im Adventhaus Da müsste eigentlich stehen Adventhaus Haus der siebenten Tags Adventisten Damit die Leute wissen Worum es denn eigentlich geht Denn dieses Volk Hat zwei Merkmale Sie glauben an den siebenten Tag Und das beinhaltet das ganze Gesetz Und sie glauben an die Wiederkunft Christi Und sie glauben Dass in diesem Verhältnis Das ewige Leben Verbunden ist Und wenn man sich das so überlegt Die meisten Christen glauben das Überhaupt nicht Viele glauben das Gesetz ist nicht mehr Viele glauben Es kommt ein Millennium des Friedens Viele glauben Die Wiederkunft ist geistlich zu sehen Es gab gar keine Buchstäbliche Auferstehung Eine buchstäbliche Wiederkunft Und hier ist dieses Volk Mitten unter allen Die zu diesem Gedankengut steht Wir wollen immer So wie die anderen sein Israel war schon so Israel hat gesagt Gib uns einen König Wir wollen nicht wie Wir wollen wie die anderen sein Wir wollen nicht so abstechen Wir wollen nicht so anders sein Gib uns einen König Und Gott hat gesagt Wisst ihr nicht Wenn ihr einen König habt Dann habt ihr seine Gesetze Euer Frauen müssen tanzen Nach seiner Musik Eure Männer müssen in den Krieg So wie er es will Wollt ihr wirklich einen König Gib uns einen König Wir wollen nicht wie die anderen sein Und so haben wir heute einen König Und der hat seine eigenen Gesetze Und der sagt wo es lang geht Und er sagt Ich habe den Sabbat verlegt Auf den Sonntag Und die Frauen Die zu ihm gehören Sagen ja Der Sabbat ist verlegt Auf den Sonntag Oder das Gesetz Ist überhaupt gar nicht mehr Aber Gott sagt In Exodus Exodus 31, 13 Das ist 2. Mose Für wahr meine Sabbat Da sollt ihr halten Beobachten Es ist ein Zeichen Zwischen mir und euch Dass ich euch heilige Es ist ein ewiger Bund Jesus sagt Ich bin nicht gekommen Das Gesetz abzuschaffen Also einer von beiden Wie sagt der Randy Skietas So schön Somebody's lying Einer lügt Wer ist es denn der lügt Entweder das Gesetz steht Oder das Gesetz steht nicht Entweder es ist der siebte Tag Oder es ist der erste Tag Die Bibel sagt Der siebte Tag Ist der Sabbattag Christus nach seiner Gewohnheit Am Sabbattag Ging er in die Gemeinde Seine Nachkommen So wie es ihre Gewohnheit war Am Sabbat Gingen sie in die Gemeinde Ich bin nicht gekommen Das Gesetz aufzulösen Nicht ein Punkt Nicht ein Strichchen Wird aus dem Gesetz Verschwinden Und hier kommt ein König Und sagt Es ist geändert worden Er hat seine Meinung geändert Einer lügt Welcher von den beiden lügt? Ich kann mich nur zur Bibel halten Ich kann nur sagen Ich bin siebenten Tags Adventist Heutzutage das Wort Adventist Ist schon problematisch Man wird schon schief angeschaut Du glaubst an eine buchstäbliche Wiederkunft Christi Dass er kommt mit den Wolken Mit seinen Engeln Was ist eine Macke? Und einige behaupten sogar Dass wenn man so glaubt Und so denkt Dann steht man in Gefahr Dass so eine Person Ein Terrorist ist Und so stehen wir heute In einer Welt Die diesen beiden Glaubenspunkten In jeder Hinsicht Sich gegen diese Glaubenspunkte stellen Aber wir Wir sind anders Das ist unsere Hoffnung Und damit ist das ewige Leben verbunden Es ist also eine Heilsfrage Und weil es eine Heilsfrage ist Und weil es eine Heilsfrage ist Müsste es mit einer Posaune Rausgeschrien werden Wir Wir sind siebenten Tags Adventisten Ja was heißt denn das? Im ersten Korinther 13,12 Wir sehen jetzt durch einen Spiegel Wie im Rätsel Dann aber von Angesicht zu Angesicht Jetzt erkenne ich Stückweise Dann aber werde ich erkennen Gleich wie ich erkannt bin Nun aber bleibt Glaube Hoffnung Liebe Diese drei Die größte aber von diesen Ist die Liebe Wenn ihr mich liebt Haltet Meine Gebote Der, der sagt Er liebt mich Er hält mich Meine Gebote Er ist ein Lügner Und die Wahrheit ist nicht in ihm Die Liebe wird bleiben Die anderen beiden Sind geringer nach diesem Text Und sie werden sogar verschwinden Ja wie können die denn verschwinden? Diese drei mächtigen Säulen Der Glaube Die Hoffnung Die Liebe Nur die Liebe bleibt übrig Die Bibel sagt im Hebräer 11,1 Es ist aber der Glaube Ein Beharren auf dem Was man hofft Eine Überzeugung von Tatsachen Die man nicht sieht Wir hoffen auf eine Wiederkunft Wir hoffen, dass diese Welt Endlich zu Ende kommt Wir haben eine Hoffnung Dass Dinge sich ändern werden Und wir haben eine feste Zuversicht Auf Dinge, die wir nicht sehen Eine Gottesstadt Die wirklich existiert In der heutigen Welt Ist das ein bescheuerter Gedanke? Aber die Bibel sagt Wenn wir nicht glauben Dann können wir Gott nicht behagen Hier haben wir ein Problem Und wenn Christus kommt Dann verschwindet der Glaube Denn dann ist es die Tatsache Und nicht die Hoffnung Auf die Tatsache Mit der wir konfrontiert werden Wir brauchen den Glauben nicht Denn wir sehen von Angesicht zu Angesicht Der Glaube wird verschwinden Wir brauchen ihn nicht mehr Wir haben auch keine Hoffnung mehr nötig Denn die Hoffnung ist realisiert Sie ist tatsächlich Sie ist wahrlich Also Glaube wird verschwinden Hoffnung wird verschwinden Und das Einzige, was übrig bleibt Dann ist die Liebe Aber die Liebe ist verzwickt Mit Gottes Gesetz Es steht für ewig Wir sind siebenten Tags Adventisten Wir glauben, dass Gott eine Regierung Und eine Satzung und ein Gesetz hat Nach dem jeder leben muss Sonst haben wir den gleichen Chaos In Ewigkeit In der neuen Welt Das ist doch ein schöner Gedanke Das ist doch nicht ein Gedanke Den man verstecken müsste Das ist doch ein Gedanke Den man rausschreien müsste Wir müssen so ein Verlangen Im Herzen haben Für die Wiederkunft Dass Leute etwas sehen Was sie selber haben wollen Und was sie in dieser Welt Nicht bekommen können Als siebenten Tags Adventisten Müssten die Leute zu uns kommen Und sagen Was ist denn diese Hoffnung Die ihr habt Die wir nicht haben Wir verzagen in dieser Welt Was ist so anders an euch Wir haben die Advent Hoffnung Wir glauben an die Wiederkunft Christi Es gibt wirklich noch Menschen Auf dieser Welt In unserer eigenen Gemeinschaft Junge Menschen Alte Menschen Die sagen Ich hoffe Christus kommt noch nicht bald Ich habe noch so viel zu tun Ich will noch heiraten Ich will noch 20 Kinder haben Ich will noch studieren Ich will noch das Wieso studieren An diesen dummen Instituten Die wir auf dieser Erde haben Wenn wir im Himmel Wahrheit studieren können Wieso sich rumschlagen Mit einer Erde Die in einem kaputten Zustand ist Wenn wir in einer perfekten Erde Leben können Bis in Ewigkeit Wenn wir die Wiederkunft Nicht lieb haben Wenn wir sie nicht Mit allem was wir haben Uns sehnen und danach wünschen Dann sind wir keine Adventisten Dann sind wir was anderes Dann sind wir angebliche Adventisten Aber eigentlich Weltlinge Also jeder Der Christus Versteht Jeder der Die Sünde versteht Jeder der sich sehnt Nach etwas Besserem Müsste Adventist sein Gar keine andere Wahl Also wenn einer hier heute Nicht Adventist ist Ich rede nicht hier Von einer Konfession Ich rede von einer Bewegung Einem Gedankengut Der befreiend ist Die Bibel sagt Denn ich werde schon geopfert Und die Zeit meiner Auflösung Ist nahe Ich habe den guten Kampf gekämpft Den Lauf vollendet Den Glauben bewahrt Hinfort liegt für mich Die sein Erscheinen Die sein Erscheinen Liebhaben Es muss hier etwas Im Inneren sein Wonach sie sich sehnen Sie müssen sagen Bitte Herr Nicht morgen Heute Es gibt nur einen Grund Nur einen Grund Wo man sagen kann Herr verzögere dein Kommen Und das ist Wenn man eine Last Für Seelen hat Dass sie nicht verloren gehen Und man sagen wird Ich bin bereit Länger zu leiden Auf dieser Gammlichen Erde Nur dass der Oder die Gerettet werden kann Aber sonst gibt es Keinen Grund Zu sagen Der Herr zögert Mit seinem Kommen Diese Liebe Zur Wiederkunft Diese Liebe Zu der Wahrheit Gottes Das war Die Liebe Die die Reformatoren hatten Wenn wir uns Alle mal anschauen Melanchthon Calvin Baxter Luther Die hatten eine Wiederkunftserwartung Melanchthon sagte Die Welt ist nah am Ende Und ich möchte Haben das Alle Christen Beten Dass dieses Ereignis Doch stattfinden wird Dass Christus Wiederkommen kann Luther sagt Ich hoffe Es dauert nicht mehr lange Sonst ist das Wort Verschwunden Wir müssen Beten Dass es Schneller Eher Als später Zu uns kommt Und Baxter Sagte Wenn der Tod Der letzte Feind Ist der besiegt Werden muss Wieso müssen wir Dann Eimer Tränen Heulen Wenn wir es Haben können Wenn er kommt Denn wenn Jesus Wiederkommt Dann ist der Tod Besiegt Und der große Kampf ist An einem Ende Das war die Hoffnung Der apostolischen Kirche Und das muss Die Hoffnung Der Endzeit Gemeinde Sein Wenn wir nicht Im Herzen Siebenten Tags Adventisten Sind Dann können Wir Das ewige Leben Verfehlen Ich weiß Gott richtet Nach dem Erkenntnis Das wir Haben Aber wenn wir Mit diesen Gedanken Konfrontiert werden Und wir Internalisieren Sie nicht Dann stehen wir In großer Gefahr Verloren zu gehen Also dieses Sehnen Nach der Wiederkunft Zeigt auf eine Beziehung Eine Beziehung Mit Jesus Christus Diejenigen Die ihn Kennen Jetzt wie lernt man Jemand kennen Was macht man Den möchte ich mal Kennenlernen Was macht man dann Wie macht man das Wenn der Vater Oder die Mutter Sagt Lern den erst mal Kennen Vor dem du den Heiratest Was macht man da Zeit Miteinander Verbringen Gedankenaustausch Miteinander Wie stehen Wir Zueinander Wie reagiert Diese Person Zu bestimmten Ereignissen Was kann ich Erwarten So nur Können wir Eine Beziehung Haben Einige sagen Na der Herr zögert Mit seinem Kommen Mein Herr Säumt Zu kommen Die bibel sagt In lukas 12 37 Selig sind Diese knechte Welche der Herr wenn er Kommt Wachen Findet Wirklich Ich sage euch Er wird sich Schürzen Und sie zu Tische führen Und hinzutreten Und sie bedienen Er hat eine Persönliche Beziehung Mit diesen Menschen Er freut sich Dass sie da Sind Und ob er Jetzt in der Zweiten Oder in der Dritten Nachtwache Kommt Und so Findet er Sie Selig Sind Diese Knechte Aber dann Gibt es Böse Knechte Darum Seid auch Ihr bereit Denn der Mensch Sohn Kommt Zu einer Stunde Da Ihr es Nicht Meinet Wenn wir Darunter Springen Nach Vers 44 Wahrlich Ich sage euch Er wird ihn Über Alle Seine Güter Setzen So Einen Der Auf ihn Wartet Und der bereit ist Für seine Wiederkunft Aber Jener Knecht In seinem Herzen Spricht Mein Herr Säumt Zu Kommen Und Anfängt Die Knechte Und Die Mägde Zu Schlagen Auch Zu Essen Und Zu Trinken Und Sich Zu Berauschen Ja Der wird Probleme Haben Der Knecht Aber Der Seines Herrn Willen Kannte Und sich Nicht Bereit Hielt Auch Nicht Nach Seinen Willen Tat Wird Viele Streiche Erleiden Müssen Ich habe Neulich Ein Fernsehprogramm Gesehen Von Leuten Die Eigentlich Besser Wissen Müssten Und Die Haben Gesagt Es Gibt In unserer Gemeinde In 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 dieser Advent Gemeinde Nein Dieser Siebenten Tags Adventisten Gemeinde Gibt Es Menschen Die Nichts Besseres Zu Tun Haben Als Ständig Die Nachrichten Zu Studieren Und Zu Schauen Wie Die Ereignisse Vor Sich Gehen Wenn Jesus Wieder Kommt Das Ist Zeit Verschwendung Und Bringt Nur Unruhe Haben Sie Gesagt Am Fernsehen Sie Verunsichern Die Leute Dadurch Jesus Kommt Noch Lange Nicht Kann Mir Dieser Text In Gedanken Du Böser Knecht Was Redest Du Da Wir Dürfen Seine Wiederkunft Nicht Kleiner Machen Als Sie Ist Wir Dürfen Nicht Sagen So Wie Petrus Warn In den Letzten Zeiten Werden Leute Kommen Wo Die Sagen Wo Ist Die Verheißung Seiner Wiederkunft Wo Ist Die Den Worauf Hofft Ihr Denn Das Haben Die Christen Zu William Miller Gesagt Und Jetzt 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 Habt Ihr Eine Große Enttäuschung Wo Ist Er Denn Wo Ist Er Geblieben Was Glaubt Ihr Denn Wissen Wir Was Wir Glauben Verstehen Wir Was Wir Glauben Wir Müssen Verstehen Was Wir Glauben Denn Wenn Wir Den Namen Haben Dann Müssen Wir Auch Tragen Dieser Name Steht Für Dinge Die Die Welt Notwendig Hat Zum Ewigen Leben Wir Müssen Das Auch Wir Glauben Epheser Sagt In ihm Seid Auch Ihr Nachdem Ihr Das Wort Der Wahrheit Das Evangelium Eurer Rettung Gehört Habt In ihm Seid Auch Ihr Als Ihr Glaubtet Versiegelt worden Mit Dem Heiligen Geist Der Verheißung Welcher Der Pfand Und Das Erben Ist Bis Zur Erlösung Des Eigentums Zum Preise Seiner Herrlichkeit Also Bis Zu diesem Zeitpunkt Wir Müssen Es Glauben Es Darf Nicht Ein Märchen Sein Unter Uns Eine Vielleicht Hoffnung Es Ist Die Einzigste Hoffnung Es Gibt Keine Andere Und Wir Müssen Trotz Den Umständen Müssen Wir Handeln Als Ob Wir Nicht Nur Adventisten Sind Sondern Auch Siebenten Tags Adventisten Wir Müssen Handeln Als Ob Wir Glauben Gott Hat Eine Regierung Und Ein Gesetz Das Ewig Und Ewig Existieren Wird Und Er Möchte Dass Wir Jetzt In Harmonie Damit Leben Nicht Einmal Wenn Wir Im Himmel Sind Denn Wenn Wir Es Jetzt Nicht Lernen Werden Wir Es Nie Lernen Also Wir Müssen Anders Sein Als Luther Bibel Sagt Geduld In Guten Werken Trachten Nach Dem Ewigen Leben Können Nicht Bleiben Wie Wir Waren Müssen Etwas Tun Nicht Zum Heil Aber Des Heiles Willen Weil Wir Das Heil Entdeckt Haben Kommen Wir In Harmonie Mit Gottes Willen Ich Kann Nicht Verstehen Wie Menschen Glauben Können Dass Das Gesetz Entfernt Ist Und Dass Jetzt Jeder Machen Kann Was Er Will Weil Er Unter Der Gnade Steht Das Ist So Ein Unlogischer Gedanke Stellt Euch Vor Gott Reißt Die Vorder Tür Des Himmels Auf Und Greift Den Luzifer Mit Allen Seinen Engeln Weil Sie Gegen Sein Gesetz Verstoßen Und Er Schmeißt Sie Aus Dem Himmel Raus Und Dann Macht Er Die Hintertür Auf Und Sagt Kommt Ihr Sünder Kommt Rein Hat Er Dann Das Problem Gelöst Ja Oder Nein Nein Dann Hat Er Es Verewig Wenn 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 Teufel Bei Der Vorder Tür Raus Geschmissen Wurde Weil Er Ungehorsam War Dann Heißt Es Diejenigen Die Den Himmel Wieder Voll Machen Kommen Bei Der Vorder Tür Rein Weil Sie Gehorsam Hat Gelernt Haben Ist Das Nicht Logisch Sonst Haben Wir Doch Einen Gott Der Sich Ändert So Wie Der Wind Also Wann Passieren Diese Dinge Bei Seiner Wiederkunft Haben Wir Heute Morgen In Der Lektion Gehört Bei Seiner Wiederkunft Werden Wir Verändert Findet Diese Änderung Statt Diese Physische Änderung Aber Die Geistes Änderung Findet Jetzt Schon Statt Jetzt Wenn Ihr In meinen Worten Bleibet So Seid Ihr Wahrhaftig Meine Jünger Bleibet In meiner Liebe Sofern Du In der Güte Bleibst So Werdet Ihr Auch Ihr Im Sohne Und Im Vater Bleiben Da Ist Ein Bleiben Das Auf Uns Wartet Ich Möchte Zwei Geschichten Die Jesus Erzählt Hat Mal So Ein Bisschen Betrachten Die Erste Ist In Matthäus Kapitel 19 Vers 16 Und sehr Einer trat Herzu Und fragte Ihn Guter Meister Was soll Ich Gutes Tun Um In Das Ewige Leben Zu Erlangen Die Schlachterbibel sagt Gott Denn wir Alle Sind Er Er sagt Er sagt Zu ihm Glaube Nur Brauchst Nur Glauben Kommst In den Himmel Kein Problem Sagt Er Das Nein Er 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 Ist es so komisch Um siebenten Tags Adventist Zu sein Ist es so etwas Wo man sich schämen Muss Dass es nicht von der Zunge Rollen will Dass man es Verheimlichen will Hier steht es doch In der Bibel Wenn du das ewige Leben Haben willst So haltet die Gebote Welche Sagt der junge Mann Welche Und Jesus Nennt alle Gebote Auf der zweiten Tafel Beziehung von Mensch Zu Mensch Und der junge Erleichtert Sag Das habe ich schon alles gemacht Von jung an Und dann sagt Jesus Zu ihm Eines hast du noch Was du nicht hast Verkaufe alles Und folge mir nach Jetzt gibt es Religionen Die sagen Verkaufe alles Dann bist du ein Christ Es geht ja gar nicht darum Es geht darum Wer ist dein Gott? Und er hatte einen Anderen Gott Außer dem Gott Der auf der ersten Tafel steht Du sollst keine Anderen Gott Götter Neben mir haben Er hatte einen Anderen Gott Sein Vermögen War sein Gott Und Gott sagt Und Gott sagt Verkaufe alles Und folge mir nach Und er konnte nicht Denn sein Götze War größer Wie sein Gott Ich mag es In Markus Steht geschrieben Und ich mag hier auch Die Luther Übersetzung Die Luther Übersetzung Die anderen Übersetzung Die anderen Übersetzung Gib alles auf Ich habe neulich Gearbeitet mit einem Handwerker Und er hat mir erzählt Jeden Monat Gibt er so viel Geld aus Für die Lotto Und irgendwann wird er die Lotto Gewinnen Und dann Dann fängt sein Leben an Und dann habe ich zu ihm gesagt Ist gut so Ich habe Ich habe die Lotto gewonnen Er hat gesagt Du hast die Lotto gewonnen Ich sage Ja ich habe die Lotto gewonnen Das Beste Was noch je mit mir passiert Er sagt Wie viel Geld hast du denn gewonnen Ich sage Ich habe gar kein Geld gewonnen Ja wie hast du denn die Lotto gewonnen Ich sage Als ich Christ wurde Da habe ich die Lotto gewonnen Denn Gott hat gesagt Dass er In allem Was ich nötig habe Vorsorge treffen wird Das ist doch die Lotto Ist das nicht die Lotto Also wenn dieser junge Mann Gewusst hätte Mit wem er spricht Dann hätte er vielleicht Sagen können Hier Nimm es für das Werk Und er hätte mehr gehabt Als was er vorher gehabt hat Denn Salomo hat gefragt Gib mir Weisheit her Und der Herr hat zu ihm gesagt Du fragst für Weisheit Jetzt gebe ich dir auch Reichtum Und alles andere Was dazu gehört Es geht nicht um das Geld Es geht um Ein Götzen zu machen Von dem Geld Und Christus hat ihn lieb gehabt Aber jetzt eine interessante Geschichte In der Bibel Wir haben sie schon so oft gehört Und siehe Da stand ein Schriftgelehrter Andere Übersetzungen Gesetzgelehrter Schöner Name Gesetzgelehrter Auf und versuchte ihn Und sprach Meister Was muss ich tun Dass ich das ewige Leben ererbe Jeder will ewig leben Jeder will das ewige Leben haben Aber nicht alle wollen die Bedingungen erfüllen Für das ewige Leben Was muss ich tun Dass ich das ewige Leben erreiche Aber er war nicht wie der junge Mann Er hatte Ein anderes Ziel Er wollte Jesus übers Ohr hauen Aber Jesus ist lieb zu ihm Er aber sprach zu ihm Wie steht im Gesetz geschrieben Wie liest du Er hat auch nicht gesagt Na ja Glaube nur an mich Glaube nur Alles ist in Ordnung Gesetz ist weg Schau nur an Wie schön ich gelebt habe Und Puh Passt da Du bist im Himmel Nein Wie liest du Zum anderen hat er gesagt Halte die Gebote Wie liest du Was steht geschrieben Ja das ist der Maßstab Der uns führt zum ewigen Leben Nicht was ein Prediger sagt Oder eine Gemeinschaft Oder Ein angeblicher König Wie steht es geschrieben Er antwortet und sprach Du sollst Gott deinen Herrn lieben Von ganzen Herzen Von ganzer Seele Und von ganzen Kräften Und von ganzem Gemüte Und deinen Nächsten Als dich selbst Er aber sprach zu ihm Du hast recht Tue das So wirst du leben Na ja Dann wollte er sich rechtfertigen Und sagte Wer ist mein Nachbar Ihr kennt ja die Geschichte Und Jesus ist Das ist so zuvorkommen Er erzählt ihm eine Geschichte Und ihr kennt ja alle die Geschichte Da antwortete Jesus und sprach Es war ein Mensch Das ist ein interessantes Wort da Es war ein Mensch Der ging von Jerusalem Näm hinab Gen Jericho Und fiel unter Mörder Die zogen ihn aus Und schlugen ihn Und gingen davon Und ließen ihn halbtot liegen Ihr kennt die Geschichte Es ist eine alte Geschichte Es ist eine alte Geschichte In der Bibel Es war ein Mensch Nicht ein Israelit Nicht ein Jude Es war ein Mensch Der ging von Jerusalem hinab Gen Jericho Er ging hinab Gen Jericho Und da wurde er überfallen Und zog ihm die Kleider aus Man schlug ihn Und man ließ ihn halbtot liegen Es begab sich aber ungefähr Dass ein Priester Dieselbe Straße hinabzog Und da er ihn sah Ging er vorüber Desgleichen auch Ein Lefit Da er kam zu der Stätte Und sah ihn Ging er vorüber Ein Samariter aber Reiste und kam dahin Und da er ihn sah Jammerte er ihn sein Er hatte Mitleid mit ihm Er hatte Mitgefühl mit ihm Es ist eine fantastische Geschichte Diese Ging zu ihm Verband ihm seine Wunden Und goss da rein Öl und Wein Ich hätte geschrien Wenn mir jemand Wein Auf meine Wunde schmeißt Und hob ihn auf Sein Tier Und führte ihn in die Herberge Und pflegte ihn Des anderen Tages Reiste er Und zog hinaus Zwei Groschen Und gab sie dem Wirte Und sprach zu ihm Pflege sein Und so das Was mehr wirst du da tun Will ich dir bezahlen Wenn ich wiederkomme Habt ihr was mitbekommen da Wenn ich wiederkomme Welcher denkst dich Der unter diesen Dreien Der Nächste sei gewesen Dem Der unter die Mörder gefallen war Er sprach Der Beherzigkeit an ihn tat Da sprach Jesus zu ihm So gehe hin Und tue dergleichen Jetzt kommen wir Wir nehmen das mal So ein bisschen auseinander Hier ist ein Mensch Wer qualifiziert dafür? Alle Die ganze Welt Und von wo waren sie unterwegs? Von Jerusalem Nach Jericho Aber Jericho war die Stadt Die Gott verflucht hatte Gott hatte gesagt Diese Stadt ist verflucht Mit seinem Erstgeborenen Fängt er an Diese Stadt zu bauen Und mit seinem Jüngsten Wird er das Tor aufhängen Diese Stadt soll nicht gebaut werden Wir sind alle Auf dem Weg Nach Jericho Wir sind alle Auf dem Weg Von Jerusalem Die Stadt des Heils Zu der verfluchten Stadt Wir sind alle Unterwegs Und derweil wir Diesem Weg gehen Kommen die Räuber Der Satan Mit seinen Travanten Und seinen Dienern Und sie reißen uns Die Kleider der Gerechtigkeit Von dem Leib Und wir stehen nackt da Und wir sind verwundet Und bluten Und sind halbtot Und ein barmherziger Aber es ist ein Samariter Die Samariter waren verachtet Sie waren verachtet Und darum gebraucht Jesus Dieses Gleichnis Und Jesaja Jesaja erzählt uns Dass wenn der Messias kommt Er war verachtet Sie haben ihn verachtet Er ist ein Typus Jesus Christus Und er kommt Und er hat Barmherzigkeit Mit dieser Person Die von dem Weg des Heils Auf dem Weg des Verderbens Nach Jericho Auf dem Weg ist Und er bemüht sich seiner Und er kleidet ihn Mit seiner Gerechtigkeit Und er behandelt die Wunden Mit Öl Symbol Er gibt ihm seinen heiligen Geist Und Wein Symbol Sein Wort Seine Wahrheit Er nimmt sich seiner an Und er geht zum Wirten Das ist das Hospital Das Krankenhaus Die Gemeinde Und er geht zum Wirten Derjenige Der für seinen Gast Sorgen muss Und er sagt Hier ist Geld Versorge ihn Und wenn du mehr tust Als was ich frage Wenn ich wiederkomme Dann zahle ich dir alles zurück Über wen geht diese Geschichte Denn eigentlich Es geht über uns Wir sind diejenigen Die auf diesem Weg Nach Jericho Zerfetzt wurden Ohne Gerechtigkeit Halbtot da liegen Und Christus Der Barmherzige Der Verachtete Kommt und verbindet uns Und dann geht er weg Und er lässt uns In dieser Gemeinde Welche Gemeinde ist denn das? Es war nicht die Gemeinde Des Gesetzgelehrten Es war nicht die Gemeinde Des Lefitten Es war die Gemeinde Des Wirten Und wer ist der Wirte? Der Wirte ist derjenige Der sich um seinen Gast kümmert Der Wirte ist derjenige Der seinen Gast versorgt Der Wirte ist derjenige Der seinem Gast zu essen gibt Der Wirte ist derjenige Der seinen Gast behandelt Mit Ehre Jetzt frage ich Liebe Geschwister Sind wir gute Wirten? Sind wir gute Wirten? Oder sind wir vielleicht Gesetzgelehrte? Oder sind wir vielleicht Schriftgelehrte? Oder sind wir vielleicht Lifiter Mit Batman-Anzug? Oder sind wir Wirten? Es steht geschrieben Pflege sein Und so du das Was mehr wirst da tun Will ich's dir bezahlen Wenn ich wiederkomme Ach, der Wiederkunftsgedanke Ist der schönste Gedanke In der Heiligen Schrift Wenn wir nicht Und fest Klammern An diesen Gedanken Dann haben wir Alles verloren Was uns Adventisten Macht Die Bibel sagt Nicht einer Ist nicht in die Irre gegangen Alle Schafe Sind in die Irre gegangen Petrus sagt In 1. Petrus 2, 25 Denn ihr waret Wie Irrende Schafe Nun aber seid ihr bekehrt Zu dem Hirten und Hüter Eurer Seelen Ist das nicht schön gesagt? Wir alle Irrende Schafe Alle auf dem Weg Nach Jericho Und wenn es nicht Wäre für den Verachteten Der versprochen hat Dass er bei der Wiederkunft Alles gut machen wird Wo wären wir dann? Diesen Christus Diesen Charakter Müssen wir internalisieren Diesen Charakter Müssen wir hier In dieser Gemeinde Wo wir heute sind Internalisieren Wenn da einer hier reinkommt Bei dieser Tür Und er blutet Und er war auf dem Falschen Weg Und er hat keine Anständigen Kleider Wie werden wir ihn behandeln? Was werden wir tun? Jesus sagt Wer mein Fleisch isst Und mein Blut trinkt Der hat ewiges Leben Und die Jünger hören sich das an Nicht die Zwölf Aber die anderen Und sagen Was soll das? Und sie gehen von ihm Und er geht zu seinen Jüngern Und er sagt Wollt ihr auch gehen? Und sie antworten Wohin sollen wir gehen, Herrn? Du hast die Worte Des ewigen Lebens Aber wenn wir nicht Aber wenn wir nicht sein Fleisch essen Wenn wir nicht sein Blut trinken Dann haben wir nicht das ewige Leben Das heißt Wenn wir nicht seinen Charakter Internalisieren Dann haben wir nicht das ewige Leben Tue das! Tue das! Was dieser Samariter gemacht hat Tue das! Denn es war ein Mensch Und das macht nichts Ob er schwarz, blau oder grün ist Arm oder reich ist Intelligent oder nicht Es war ein Mensch Und Jesus liebt sie alle Noch eine kurze Geschichte Exodes 5, Vers 2 Der Pharao antwortete Wer ist der Herr? Hier ist der andere Wer ist der Herr? Dessen Stimme ich hören soll Um Israel ziehen zu lassen Ich weiß nichts vom Herrn Ich kenne ihn nicht Das Englisch sagt I know not the Lord Ich kenne ihn nicht Und ich werde auch nicht Israel ziehen lassen Ich kenne ihn nicht Elberverweil sagt Ich kenne Yahweh nicht Ich kenne diesen Gott nicht Ich selber bin König hier auf Erden Ich mache die Gesetze Ich sage euch wo es lang geht Ich kenne ihn nicht Ich werde euch nicht ziehen lassen Wenn ihr glaubt Als siebenen Tags Adventist Ihr könnt lustig weiterspielen Dieses Spiel Sieben Tags Adventismus Vergiss es Es gibt einen anderen König Der sagt Ich kenne ihn nicht Entweder du bist mir gehorsam Hier auf Erden Oder ich vernichte dich Habt ihr genug Glauben dafür? Habt ihr es? Dass wenn er kommt Dann wird er die Pläne Dieses anderen Königs vereiteln Habt ihr genug Glauben? Warum dafür? Als er gesagt hat Ihr werdet nicht den Sabbat halten Du Mose Du lässt die Menschen Schabbat Ihr werdet nicht Schabbat Ihr werdet nicht Sabbat halten Geht zu euren Werken Nehmt ihren Stroh weg Lass die arbeiten Da hat er einer aufs Dach bekommen Dann kann man Den Erstgeborenen verlieren Denn wenn man sich weigert Den eingeborenen Sohn Gottes An erste Stelle zu stellen Dann kann es passieren Dass der Erstgeborene hier Von dir Vielleicht sterben muss Aufpassen Er kennt ihn nicht Er sagt Wer ist er? Ich kenne ihn nicht Und zweite Thessalonianser 1 Vers 8 Wenn er mit Feuerflammen Rache nehmen wird Wann ist das? Am jüngsten Tag Denen Die Gott nicht Kennen Manche übersetzen Sagen anerkennen Aber das Wort ist kennen Ich muss ihn kennenlernen Ich brauche eine Beziehung zu ihm Ich muss ein Verhältnis Mit ihm aufbauen Ein Vertrauensverhältnis Ich muss erlauben Dass er mich in Umstände bringt Wo ich verzage Dann kommen die Leute und sagen Hat Gott mich verlassen? Nein Er prüft dich Denn wir kommen zu einer Situation Wo wir verzagen Und keine Antwort haben Das ist Gottes Gelegenheit Um dir zu zeigen Wie er deine Probleme löst Und wenn wir ein Erlebnis Nach dem anderen haben In dieser Beziehung zu ihm Dann können wir auch In den letzten Ereignissen Hier auf unserem Planeten Wenn es hart auf hart geht Sagen Wir haben keine Hoffnung mehr Wir haben keine Antwort Wir können nichts machen Jetzt gehört die Gelegenheit Gott Und dann kann ich stehen Weil ich kenne ihn Ich weiß wie er vorher Gehandelt hat Und jetzt In der größten Extreme Weiß ich wie er dann auch Handeln wird Der Geist aber sagt ausdrücklich Dass in den späteren Zeiten Etliche von dem Glauben Abfallen werden Wir dürfen das nicht erlauben Nicht wir Nicht wir Wenn wir jetzt Den Mut verlieren Was wird dann mit der Welt Passieren Wohin sollen sie rennen Die Ägypter Als sie sahen Alles kracht zusammen Wo sind sie denn Hingerannt Viele von ihnen Wo sind sie denn Hingerannt Zu den Israeliten Und sie waren in ihren Häusern Und sie sind mitgezogen In das gelobte Land Nicht alle waren echt Aber doch nicht alle Waren schlecht Und Gott hat es gelehrt Wenn wir Wenn wir jetzt den Mut verlieren Wenn wir Jetzt verzagen Wohin sollen die Leute rennen Wer soll Wirt sein Für den verletzten Menschen Hier muss stehen Ganz groß Siebenten Tags Adventisten Hier ist der Wirt Komm Der hat versprochen Er wird uns versorgen Zacharia 6 Vers 15 sagt Und entfernte Man müsste eigentlich sagen Fremde Fremde werden kommen Und am Tempel Jahwes bauen Und ihr werdet erkennen Dass Jahwe Der Herrscher Mich zu euch Gesandt hat Und dieses wird geschehen Wenn ihr fleißig Auf die Stimme Jahwes Eures Gottes Hören werdet Fremde werden kommen Fremde werden kommen Zu dieser Gemeinschaft Und sie werden bauen An diesem Tempel Und dieser Tempel Ist nicht ein Tempel Von Stein Sondern er ist Ein lebendiger Tempel Mit lebendigen Steinen Er ist ein Menschentempel Ein Mensch Der auf dem Weg nach Jericho war Und jetzt in Jerusalem Den Tempel baut Wow Du aber Oh Mensch Gottes Fliehe diese Dinge Strebe aber Nach Gerechtigkeit Gottseligkeit Glaube Liebe Ausharren Sanftmut Des Geistes Kämpfe Den guten Kampf Des Glaubens Ergreife Das ewige Leben Nicht loslassen Nicht so weit kommen Wie ihr jetzt gekommen seid Und loslassen Festhalten Zu welchen du berufen worden bist Und bekannt hast Das gute Bekenntnis Vor vielen Zeugen Es hat alle getauft worden Und haben gesagt Ich akzeptiere diese Wahrheit Ich gebiete dir vor Gott Der alles im Leben erhält Und Christu Jesus Der von Pontius Polates Das gute Bekenntnis Bezeugt hat Dass du das Gebot Unbefleckt Unsträflich bewahrst Bis zur Erscheinung Unseres Herrn Jesus Christus Und darin besteht das Zeugnis Dass uns Gott Ewiges Leben Gegeben hat Und dieses Leben Ist in seinem Sohn Möge der Herr Uns stärken Möge der Herr Uns segnen Dass wir stolz sind Auf unseren Namen Denn der Name steht Für etwas Besonderes Und möge er uns Die Kraft geben Um gute Wirten zu sein Für diejenigen Die bald in Strömen Kommen um zu helfen Um diesen Tempel zu bauen Amen Und dieses Leben Die bald in Strömen Die bald in Strömen Vielen Dank.